Hallo! Hi! Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, diesem Kanal. Das war irgendwie doppelt gemobbelt. Ich bin nur so halb angezogen, weil ich will echt gerne noch was essen, wenn wir auf der Fahrt sind. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Neppanke! Und wir haben festgestellt, wir müssen wieder ein bisschen bekloppte werden und Blödsinn machen, weil wir gestern alte Videos geguckt und gedacht haben, wir wissen, warum wir damals gehypt worden sind. Wir haben nur Scheiße gemacht! Das machen wir jetzt wieder! Das kommt zurück. Die Lücke ist ja jetzt! Die Lücke ist klar. Die Lücke ist ja jetzt nicht dankbar. Ja, wir wollen uns rum! Wäschi! Nö ett! Du musst rum! Ja, wir wollen uns rum! L toutes! Wir wollen uns rum! Haunt me to make you come alive You know where to find me tonight 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 Musik Wir haben so coole Leute getroffen und der hat mich gerade angebrüllt. Die sind so cute. Hier steht noch eine Person, aber die möchte dich zeigen können. Die ist auch voll cute. Es war wieder cool, was mit für neue Leute drin. Sehr toll. Ich hoffe, ich habe auch. Die ist auch voll cool, was mit für neue Leute drin. Ich bin ein bisschen ausgezogen, weil ich kann sonst die Kamera nicht bedienen und wir wollen noch zu Megas fahren jetzt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Der Tag war Wunderwunder sehen. Ich denke schon. Es ist einfach nur krass. Da geht man einmal nicht an sein Handy ran und dann passiert so etwas. Tausend Dank einfach an Determination Cosplay. Nein. Danke. Wirklich. Du weißt, was dir blüht. Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ey, das ist der Wahnsinn. Ihr glaubt es nicht. Oh mein Gott. Ich habe einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich habe einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Wirklich, wirklich vielen, vielen Dank an meine Freundin. Ja, danke Kuro, die mir dieses Geschenk, sagen wir mal, gemacht hat. Hier kommt es. Ja, einfach nur wirklich vielen, vielen Dank. Wirklich, ich bin einfach so tot erstmal gerade. Aber ich hatte auch echt einen kleinen Nervenzusammenbruch da auf jeden Fall. Ey, damit habe ich halt so gar nicht gerechnet. Und es ist halt schon echt ein kleiner Schock und ein kleiner Traum einfach mit dem Synchrosprecher von Hawkmaus zu sprechen bzw. eine Nachricht von ihm zu kriegen einfach. Wer kann das von sich behaupten als Ladybug? Also wirklich danke. Wirklich echt heftiges Danke. Und ich habe mir heute auch noch ein kleines Bubble Tea Plüschtee gekauft. Das Geld für den riesen Plüschpenis hat leider nicht gereicht. Ich hätte den so gerne gekauft. Aber Takeru hat am Anfang auch gesagt nein. Deswegen musste ich mit einem Baby Bubble Tea Plüschtee leben. So. Damit ist das Video dann auch beendet. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Ich bin leider gerade echt ein bisschen Matsche. Da sind auf jeden Fall alle verlinkt. Und auch alle wundervollen Künstler, von denen ich Visitenkarten mitgenommen habe, sind auch dort ebenfalls verlinkt. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video wieder. Vermutlich sogar schon jetzt die nächste Woche. Denn wir wollen wieder aktiver YouTube machen. Und versuchen uns jetzt sehr viele Ideen einfallen zu lassen. Und wieder lustige Sachen umzusetzen, um einfach wieder aktiver zu sein. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.